Das hat noch GMP bei der Stelle auch immer gesagt, ich nehme jetzt hier meine Zockerpuss her, dann kriege ich das hin. Der Manuel. Der auch auf der Gamescom ist dieses Jahr. So, inkognito, verkleidet es sich so. Halt dich! Warum hält der Heide sich an keinem Schnur fest? An keinem Schnur, konntem Schnur, äh, hier. Nein, es war schlecht, es war, aber ich krieg's noch hin. Ui. Meine Hand hatte gerade mal nur ein Witz zugekommen, tut mir leid. Ähm, und da hinten, und warten, und hui, und hui, und hui. Das war schlecht. Ich stelle doch nach vorne los. Ob ich einen Vorteil, ne, ein Nachteil, war das nicht ausgelegt, dass man da früher kommt. Dass man da früher kommt. Patrick, man hört sich ja immer alles falsch an. Ja, mach ich nicht mehr, das war dumm. Das war sehr dumm. Sehr dumm. Ich weiß nicht, dass wir eigentlich nicht, ähm, den normalerweise hätten wir ja den Bloodrimmon skinnen, aber irgendwie haben wir die ganze Zeit mit dem Traditionellen gespielt. Das ist mir auch schon in der Aufnahme aufgefallen, aber ich hab gedacht, ich kenn das jetzt einfach mal nicht, weil... Bau. Ne, weil warum, ich mein, das passt doch so auch. Das ist kacke. Das find ich richtig kacke, die Stelle. Hoi. Hoi. Hoi, 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 hoi. Alter, ne, ne. Nein, 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 ich hab's nicht bekommen. Lebe ich noch. Hoi. Nein, 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 nein. Das war ein guter Durchlauf. Also das war echt ein guter Durchlauf. Das packen wir heute noch, Leute. Heute hab ich dich ausgedrückt, Säge. Ja, er hat eins. Super. Oh, zu lang gehalten ein bisschen, aber das macht nichts. Also ich weiß nicht, ob's auf dem PS... Ne, das war schon das gleiche auf dem PS3, aber ich empfinde es jetzt irgendwie gar nicht so schwer, wie ich es beim Gucken von denen empfunden habe. Ich glaube, ich werde mir die Folgen, oder die Folge, die es geschafft haben, nachher vielleicht nochmal im Nachhinein reinziehen, um zu gucken, ob das... Aber doch, es ist schon identisch, aber mir kommt's einfacher vor. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur besser bin als die, oder ob... Keine Ahnung. Diesmal krieg ich den Faden, diesmal krieg ich ihn. Okay, dann halt nicht. Ich muss dabei, ein Windstelle besser auf den Faden achten. Komm, Faden, Seil, Nadel und Faden. Er hat gerade total... Das müsste jetzt zugeben. Ey, warum bleibst du stehen? Ich hab... Wenn ich da ja renne... Warte, dann mach ich jetzt Pause. Wenn ich da ja renne, also da die eine, wo es so nach oben geht, so nach oben, muss ich ja mit dem Joystick so lenken, so. Das hab ich gerade gemacht und dann... Wow. Dann hat er sich irgendwie falsch verhalten. Basis Controller. Komm, da schon wieder, der stoppt dann. Genau das, was ich... Genau das ist es, was ich gerade wollte, mich abstoßen. Auf jeden Fall. Spiel. Jetzt kann ich sich abstoßen. Abtreibe dich. Hallala. Ey, nee, ey, nee. Oha, dat wird schwer. Dat wird unschaffbar. Dat war kacke. War ich da jetzt gerade zu schnell, zu langsam? War ich hängen geblieben? Ich weiß gar nicht, ob mein Fehler... Lool. Nach oben. Springen. Ich bin ein Spring... Ich bin ein Spring-Ford, wollte ich sagen. Ey, ich soll da nicht springen, ich muss da viel später springen. Oh, fuck. Wie der am Anfang sich auch Zeit lässt. Oh, der kommt gleich. Ah, jetzt kann ich losreden. Ich finde, der ist freundlich. Der kleine, 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 kleine. Was ist jetzt das hier? Das war vorher nicht so... So, ähm... Zeit schwach ausgelegt, hä? Aber noch verstehe ich's nicht. Muss ich zugeben. Manchmal... Manchmal kommt mir so vor, als wäre das Level anders als vorher. Achso, jetzt in der ganz kleinen Kleinigkeit. Weiß nicht, vielleicht hatte ich ja das Gefühl bei dem Game auch schon mal. Aber ich hab's grad teilweise. Vielleicht nicht sagen, dass das Level einfach total kacke ist, aber... Naja. Man weiß es nicht. Ja, ich hab grad in die Web-Klinge geguckt, obwohl ich mich konzentrieren sollte. Ist mir egal, ja? Ich hör schon mal. Ja, das ist viel genau bemessen als vorher. Deswegen komm ich hier immer viel später. Und deswegen kann ich da nicht mehr gescheit hochrennen. Jetzt geht's aber. Oder war das... Bitte lass mich hier jetzt greifen, ja. Grab'n, like a Blitzcrank. Oh, Trash. Oh, Nautilus. Nein, oh, wow. Wir können auch grab'n, ich fär mir grad'n niemand mehr ein. Nö, fär mir grad'n keiner ein. Jetzt, zettle. Muss ich da irgendwas an das Lenk... Ja! Hä? Ich glaub' ich muss den Faden später, früher, keine Ahnung. Das Faden ist grad'n irgendwie zu hoch. Nein. Ah, okay, fahr' ich niemals. Obwohl... Nein, der Faden ist schon lang weg. Der Zug ist abgefahren, Leute. Der Zug war weg. Der hatte keine Verspätung. Der war mal pünktlich, ausnahmsweise. Ne, die Bahn. Ich fahr' ja keine Bahn. Ich fahr' ja mit'n Bus zur Schule. Oder mit'n Fahrrad. Oder mit'n... Oder mit meiner Schwester, wenn die Auto fährt. Ja, ich hab' noch keinen Führerschein. Ich mach' aber mal rein. Wenn das euch interessiert, dann schütt' für mich. Und dann Videos von Letztführer... Nein. Letztführer! Videos von Letztführer! Letztführer Deutschland! Da kommt Videos von bald. Warum? Ich liebe dieses Level. Das macht mir so viel Spaß. Yippie, es ist total abwechslungsreich und innovativ. Es ist überhaupt nicht schwer und eintönig. Yeah, dieses Level ist toll. Man merkt bestimmt total meine Freude, die ich gerade ausstrahle. Wir springen. Springen ist die Einfahrzeichen. Wann sprünge, die nicht funktionieren, weil das kacke ist. Was denn ist? Und tot. War geil. Aber war scheiße. Und sie doch geil und das sieht ja aus. Roll das. Doch, doch. Mir geht's gut. Mir geht's super duper, man. Vielleicht geht's mir doch nicht so gut. Hey, de. Hodda. 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 Hidda. Oh. Alarda. Hamada 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 Ich glaube, da muss ich wieder instant loslassen Dann wieder greifen Dann hier Oh Gott Oh Gott Wieder greifen Nein Und ich glaube, dann Ja, dann ist, glaube ich, schon so gut wie vorbei Ja, okay, ich hab's Es ist schwer, aber es ist schaffbar Wenn ich bin nicht schaffbar, wäre dann Das war die Schuld des Fazits Das war nicht meine Der hat so ausgeschwungen, ausgewinkt, ausgepompt Das war jetzt meine Schuld Weil ich zu krass nach links gelenkt hab Das war jetzt zu früh losgelassen Ich komm bei dem Pfaden nicht mehr klar Warum denn nur Bam, badam, bam, bam, badam Ah, dat, dat, dat ging jetzt Das war in Ordnung Natürlich werden dann hier gleich schon ne Kack drin Und ich nicht mehr weiterkommen Ey, was ist das für ein Endlevel Das ist gerade nicht passiert Boah, kleines Röbchen rausgedrückt Dass ich es nicht gehört Dass ich hab mich nie mal Äh, ich bin gesprungen Ja, ich hab X gedrückt Ah Entschuldigung Ich hab aber echt A gedrückt Ich hab nur die Fase-Taste gesagt Also wenn's jetzt nicht reicht Ey, dann Nein, ey, weh, 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 weh Weiß jetzt, warum hat er da rüber geguckt Da ist nur ne Wand Ich hab einfach grad nur aus Wut Nach rechts gucken müssen Über euch links war ich viel gefeiert Aber es war rechts Ich hab ihm comercial gekThese Aber es war dahig Ah, Neura! Nehm! Lass. Lass. Okay, gut, ich hasse diese Stelle. Nein, warum bin ich gesprungen? Ich hätte nach unten müssen. Ich wäre jetzt, glaube ich, bei einem Jump-Run jetzt immer ein bisschen ruhig. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Jetzt versuche ich es mal wieder bis jetzt mal wieder mitreden. Ich meine, ihr seht ja mich noch. Also ist ja dann... Ihr merkt ja, dass ich noch lebe und es versuche. Ich konnte nicht irgendein anderes Gameplay laufen lassen und den Ton rausgeschnitten haben. Was ich natürlich niemals machen würde. Okay, jetzt da. Komm, ja. Ja, ja. Habe ich es geschafft? Noch ein Fluglevel. Okay, das ist schon in Ordnung. Hauptsache, die erste Instanz ist geschafft. Ich glaube, das ging... Das ging... Ich erinnere mich gerade... Äh, Pädes... Hast du mich gerade getroffen? Hast du... Okay. Yay, Moskito! Let's go! Los! Hi! Hey! epf a Hey! Untertitelung des ZDF, 2020